Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem nächsten Teil meiner Tutorialreihe WPF lernen. Heute ist es wieder einmal soweit. Heute gehen wir die Markup Erweiterungen oder Markup Extensions an. Wir werden eine eigene Markup Extension schreiben und eine Typsichere dann noch machen und die natürlich in XAML verwenden. Was ich euch ans Herz legen würde ist ein Kapitel vorher, wo ich einfach die Markup Erweiterungen ein wenig erkläre. Das stelle ich jetzt dann gleich noch online. Ein bisschen Theorie schadet ja auch nicht. Ich habe ein leeres Projekt erstellt, in welches wir jetzt dann eine Markup Extension programmieren werden und die erste Markup Extension soll uns einfach nur ein typisches Hello World zurückgeben. Um eine Markup Extension zu erstellen, erstellen wir uns eine Klasse, die per Konvention immer mit Extension endet. In unserem Fall jetzt einfach eine Hello World Extension. Üblicherweise schmeißen wir das Ganze in einen eigenen Namespace. Diesen Namespace nenne ich jetzt einfach My Extensions. Und eine Markup Extension erbt von der Klasse Markup Extension im Namespace Markup. Hier bekommen wir jetzt von Visual Studio automatisch schon eine Methode, die wir überschreiben müssen. Die Methode Provide Value, welche uns einen Service Provider als Parameter übergibt. Zu dem kommen wir dann später im Kapitel. Jetzt im Moment möchten wir einfach hier nur ein Hello World zurückgeben. Einfach um zu sehen, was passiert. Um das Ganze jetzt in XAML zu verwenden, muss der Designer ja unsere neue Klasse wieder kennen. Die kennt er nur, wenn wir einmal vorher kompilieren. Also STRG-SHIFT-B rebuild, dann wird hier kompiliert. Wenn das erledigt ist, dann können wir hier unseren Namespace im XAML bereits einbinden. Ich nenne es diesen, also ich beinahe diesen Namespace mit EXT aus dem Namensraum My Extensions. Ja, und wenn ich hier jetzt eine Textbox zum Beispiel hineingebe, dann kann ich für das Text Property diese Extension bereits nutzen, indem wir wieder die geschweifte Klammer verwenden. EXT Hello World. Hier wird es uns schon vorgeschlagen in der IntelliSense. Und was jetzt passiert ist, dass wir hier Hello World bereits zurückbekommen. Im Designer auch schon sichtbar. Wir sehen also, unsere Extension funktioniert. Okay, wir haben die jetzt gleich benannt, also wie der Wert, den wir zurückgeben. Wenn wir diese Extension jetzt ändern und wir geben das jetzt in Deutsch zurück, sehen wir, dass es auch so funktioniert. Hallo Welt. Einmal einen Bildvorgang starten und wir sehen Hallo Welt hier. Das ist praktisch. Extensions werden zum Beispiel auch gerne verwendet, um Lokalisierung zu implementieren oder diverse andere Sachen, die man einfach immer wieder benötigt, ohne dass man jetzt großartige Binding über die Klasse machen muss. Wir müssen dann zum Beispiel in die Basisklasse nicht Seek Properties hineingeben, um diverse Werte hinein zu bekommen. Gehen wir mal zum nächsten Beispiel und sagen, wir möchten eine Multiplikation machen. Die nennen wir jetzt Multiply Extension und die erbt wieder von Markup Extension. Genau. Um eine Multiplikation durchführen zu können, brauchen wir zwei Werte, die wir multiplizieren möchten. Wir erstellen uns also zwei Properties in unsere Klasse Multiply Extension. Einmal sagen wir Value 1 und die ist vom Typ, ja machen wir es jetzt mal Object. Typ sicher werden wir dann später noch durchgehen. Gut. Und dann haben wir dann noch einen zweiten Konstruktor. Also es gibt ja den parameterlosen Konstruktor, den gibt es per Default. Und wir möchten uns jetzt noch einen zweiten Konstruktor machen, um die Werte übergeben zu können. So und Value 2. Und dann benötigen wir aber auf jeden Fall den parameterlosen, den wir jetzt hier explizit angeben. So gut. Was wir hier jetzt bei Provide Value machen werden, ist, dass wir ganz einfach hier die Multiplikation durchführen werden. Für das ist es natürlich praktisch, wenn wir vorher prüfen, ob die Werte eh nicht Nothing sind und dann eventuell zurücksetzen auf Null zum Beispiel. Dann geben wir Null zurück. Also Value 1, Null. Falsch. Ist ja komplett falsch. Gut. Und ansonsten können wir jetzt das Ganze zurücknehmen. Zurück geben. Indem wir sagen, okay. Gut. Wir parsen das Ganze. Und sagen, okay. Value 1, ToString. Und das multiplizieren wir. Na. Mit dem Value 2. Gut. Jetzt haben wir unsere Klasse soweit fertig. Okay. Es empfiehlt sich bei Markup Extensions auch mit Annotation zu arbeiten, weil wir dann bessere Unterstützung auch im Designer haben. Für das gibt es hier auch die Möglichkeit, dass wir hier den Konstruktor Parameter angeben. Da habe ich mich verschrieben. Konstruktor Parameter. Ah. Arguments. So ist es. Arguments. Genau. Und hier können wir dann den Argument Namen eingeben, wie zum Beispiel Value 1. Und das machen wir für das zweite Property auch. Value 2. Weiß ich dann einfach, weil wir dann im Designer mehr Unterstützung haben. Gut. Wir kompilieren das Ganze wieder. Somit ist der WPF die Klasse bekannt. Und wir können die jetzt hier verwenden. In den richtigen Namespace sollte man es noch geben. So. Multiply. Haben wir nun. Wenn wir das hinzufügen, wird es unterstrichen, dass es in My Extension nicht vorhanden ist, weil wir es noch nicht neu kompiliert haben. Gut. Und jetzt haben wir in der IntelliSense auch bereits Value 1 und Value 2 zur Verfügung, die wir angeben können. wenn wir jetzt sagen, Value 1 ist 4 und Value 2 ist 2, dann sehen wir hier, dass richtig gerechnet wird. Gut. Ich kann das hier jetzt nochmal ändern auf 3 und dann sehe ich direkt, wie sich die Werte verändern. Ich sehe aber auch hier, dass hier nicht richtig gerechnet wird, weil 4 mal 1,2 ist sicher nicht 48, sondern 4 mal 12 ist 48. Also hier sehe ich schon, dass wir hier dadurch, dass wir nicht typsicher sind, ein kleines Problem haben, da wir hier ja ToString verwenden. Und das führt mich jetzt zum nächsten Teil der Typsicherheit. Hier wird es jetzt ein wenig komplizierter, aber auch das ist sicher kein Problem, wenn man mal weiß, wie es geht. Wir stellen uns also eine neue Klasse, wieder eine Extension und die nenne ich jetzt MultiplyTypeSaveExtension. Genau. Ja. Gut. Es hat sich eigentlich am Grundvorgehen nichts geändert. Wir setzen den Namespace, wir erben von Markup Extension. Ich kann hier jetzt den Code mal hinein kopieren, damit ich nicht alles neu schreiben muss. Und werde hier jetzt aber die Parameter in Table ändern. Und hier natürlich die Properties auch. Einen Import brauchen wir noch. So. Gut. Jetzt kommt der Moment, wo der Affe ins Wasser springt. Hier werden wir jetzt auch den Service Provider verwenden. Und hier sehen wir dann jetzt auch ganz gut, wofür der überhaupt da ist und was uns der bringt. Und zwar werde ich im ersten Schritt jetzt mal abfragen, ob der Service Provider nicht Nothing ist. So. Gut. Und dann holen wir uns den Service vom Service Provider ein ProvideValueTarget herein. Also auf was das Property dann angewendet wird. Target. Also das Ziel. Hierfür müssen wir Direct Cast verwenden. Über den Service Provider bekommen wir mit GetService. Ja. Und hier müssen wir bei GetService ein I ProvideValueTarget geben. Und das ist ein I ProvideValueTarget. Genau. Das muss man mal wissen einfach. Ja, dafür gibt es genug Seiten auf Microsoft und Tutorials. Und ja, da kann man einfach sehen, wir können auch hier bei I Provider, beim I Service Provider hinein sehen. Hier, das sehen wir eigentlich nicht viel. Wenn man hier einen Haltepunkt setzt, beim Debuggen, dann sieht man, dass hier im Service Provider dieses Service gibt. Also ich zeige es dann später beim Debuggen. Eigentlich könnte man es jetzt auch schon Debuggen. Setzen wir uns mal einen Haltepunkt. Dann kann ich das mal zeigen. Wenn wir hier jetzt, wenn wir das Ganze starten, genau dann sehen wir hier jetzt im Service Provider mit nicht veröffentlichtem Member, das sehen wir hier jetzt den I ProvideValueTarget. Da sehen wir, dass das TargetObjekt eine TextBox ist und das TargetProperty das TextProperty ist. Und beim TargetProperty können wir dann über den PropertyType herausbekommen, dass es vom Typ String ist. Dass es ein String übernimmt. Also so kommen wir an diese Informationen. Gut. Haben wir unser ValueTarget. Dann werden wir mal rechnen. Und das Rechnen geht ganz normal jetzt, weil wir ja hier jetzt vom Typ Double sind. Value1 mal Value2. Und als nächstes wird es jetzt ein bisschen kompliziert. IfValueTarget. Wir müssen jetzt abrufen, ob es sich bei dem TargetProperty um ein DependencyProperty handelt oder um ein normales .NET Property. Was die Unterschiede sind, haben wir ja im vorigen Kapitel sind wir ja genau durchgegangen. Habe ich erläutert, wo die Unterschiede zwischen einem Dependency Property und einem normalen .NET Property liegen. Wir sagen jetzt TargetProperty, das bekommen wir hier herein und fragen den Typ ab und vergleichen den Typ GetType, ob es ein Dependency Property ist. Wenn dies der Fall ist, dann merken wir uns dieses DirectCast und dann im Grunde genommen dasselbe. ValueTarget. TargetProperty und Dependency. 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 No. Visual Studio 2019 hat manchmal ein bisschen Probleme mit der IntelliSense. und dann können wir hergehen, wenn wir unser Dependency Property haben und bekommen hier mit dp jetzt unsere Informationen über das Property unter anderem auch den Property Type. Und jetzt können wir sagen, okay, wir geben dann über Con-Wert mit Change Type, geben wir jetzt unser Calc Result zurück und als Typ geben wir unser Property Type an. Genau. Und wenn es sich aber um ein normales Dependency Property handelt, dann wäre es dann werden wir uns die Informationen etwas anderes holen, wieder ValueTarget und sagen, property, TargetProperty, genau, das ist jetzt ein PropertyInfo, da benötigen wir dann einen Import wieder, weil das über Reflection gehen muss und dann können wir wieder unseren wert konvertiert zurückgeben und zwar wieder unser kaltes alt und auf das info property gut das ist jetzt unsere methode die uns sicher stellt dass das ganze konvertiert wird in das was das property im xml erwartet jetzt können wir das mal probieren indem wir einen bildvorgang starten und in unserem main window hinein sehen hier geben wir jetzt 1,2 wir sehen okay das funktioniert jetzt es wird auch in einen string gewandelt und hier geben wir dann ein string zurück die frage ist jetzt aber was passiert wenn ich jetzt hier text eingebe dann bekomme ich hier auch dass die eingabe zeichenfolge das falsche format hat das funktioniert soweit ich sehe jetzt auch hier alle meine extensions aber was ist wenn ich jetzt das ganze auf zum beispiel das mit property anwenden möchte das machen wir jetzt mal extension ich habe hier jetzt wieder alle extensions hier es ist aber so dass ich jetzt okay gut ich möchte jetzt nicht wenn ich jetzt sehr viele extensions habe und ich erwarte ja beim with property erwarte ich ein rückgabe wert vom vom typ double und nicht vom typ string das heißt und mein hello world meine hello world extension die wir jetzt nicht ideal für das und dafür kann ich ihn auf höhe der klasse der extension kann ich jetzt angeben welchen typ diese extension also für welchen typ diese extension ist und das kann ich machen mit markup extension return type und hier gebe ich an über über get type double wenn ich das ganze jetzt kompilieren und dann wieder ins main window hinein sehe können wir das jetzt mal wieder weg dann sehe ich hier beispielsweise dass ich jetzt in der intellisense beim text property jetzt diese extension nicht mehr zurück bekomme wiederum hier bekomme ich es vorgeschlagen weil die wbf sagt also der designer ok gut der typ stimmt mit dem typ überein beim text property string das kann also jedes dieser dieser extensions gibt object zurück somit funktioniert außer die eine die gibt explizit dabei zurück somit funktioniert beim text property nicht es funktioniert zwar weil der interne converter der wbf das konvertieren kann aber es die wbf sagt nee es funktioniert nicht weil sie einfach glaubt okay gut diese typen die stimme nicht überein ich schlage es dir nicht vor hier allerdings funktioniert es wieder ich kann hier die wbf sagt dann habe ich schon die wirst geändert jetzt ist es natürlich relativ klein haben das blöde größer genau jetzt bekomme ich das abgeändert und so können wir wirklich typ sicher arbeiten und können uns unsere extensions auch ein bisschen zurecht legen wenn eine extension für ein text property zum beispiel sein soll dann kann ich natürlich hier als typ objekt angeben und dann kann ich überall verwenden ja kurz und knapp das war es eigentlich schon wieder mit den extensions ich mache jetzt mal ein bildvorgang schon mal ob man ja genau die fehler sind weg so weit denke ich mal ist das kurz und knapp erklärt mit extension mit markup extension sind eine praktische sache ich kann damit gewisse logik direkt dem designer zur verfügung stellen ja hier war das jetzt ein einfaches beispiel mit dem rechnen aber ich glaube da schwirrt in euren köpfen schon einiges an interessanten sachen herum ja das nächste mal geht es dann zu den attach properties auch ein sehr interessantes kapitel ich würde mich freuen wenn ihr mir einen like ein kommentar hinterlässt oder einfach meinen kanal abonniert ansonsten hier in der wpf reihe vielleicht ein hilfreich und hoffe ihr seid beim nächsten mal auch wieder dabei wenn es dann an die was wir da jetzt properties geht genau ansonsten schöne grüße und bis zum nächsten mal ciao ciao